Willkommen Reisende. Wir finden uns wieder auf der Welt von Foundation. Es ist ein schönes, animiertes Aufbauspiel, das sehr gemütlich ist. Wir spielen es jedoch etwas anders, mit Mods und bauen alles groß, wie es nur geht. Viel Spaß weiterhin. In der letzten Folge haben wir das Herrenhaus fertiggestellt. Jetzt müssen wir die Kirche machen, weil die hier rumheulen. Und wir haben jetzt endlich die Häusermod. Das heißt, wir können die Häuser jetzt da hin platzieren, wo wir das gerne hätten. Da kommt ein Brunnen hin. Daneben erstmal Häuser hinstellen. Frommgröße 6, Frommgröße 6. Wie sieht das aus? So, das fahren wir hier am Wegesrand. Eine kleine Siedlung. Da kommt ein Brunnen hin. Hier noch ein Haus. So, dann dasselbe auf der anderen Seite. So, dann geht's das. So, dann geht's das. So, dann geht's das. Irgendwo wollen die ja wohnen. Aber die wohnen da, wo wir das gerne hätten. Danach, wenn die gebaut sind, können wir erstmal deren Häuser wieder abreißen. Mal gucken. Wohngebiete. Das wird hier erstmal verkleinert. Da müssen die nicht wohnen. Hier müssen die ja nicht wohnen. Da können ja ein paar Häuser bleiben. Hier kommt das Wohngebiet weg. Die wohnen da zwar automatisch, aber nur wenn man deren Häuser abreißt. Dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie Wege, waren auch irgendwo Wände. Ich glaube, bei Wänden sind auch Steinwege. Mal schauen. Ach, Bodenplatten. Mal schauen. Mal schauen. Amen. So, hier noch eine halbe Bodenplatte vielleicht. So, und dann müssen wir achten, ob welche Wege bleiben und welche nicht. Können wir noch, was das Ende setzen war. Eine mit einem Kreuz. So. Mal wenigstens vor den Häusern einen schönen Weg. Dann müssen wir noch das Wohnfeld, die Attraktivität steigern. Hm, wie machen wir das? Fische, Zäune. Irgendwie fehlt hier ein Baum. Hier drinnen. Fuchsbaum. Aber den können wir doch mal um die Häuser platzieren. Wenigstens ein paar, damit das hier ein bisschen grüner wird. Also von der Attraktivität und nicht grünen im Sinne von scheiß grünzeug. So. An jedes Haus kommen ein paar auf eine Seite. Dann müssen wir mal gucken, ob wir uns vielleicht noch die große Kirche bald freischalten können. Jetzt sehe ich hier natürlich nichts. Ja klar. Auf den Bäume. Auf den Bäume. Räume platzieren wir uns lieber schön selber. Müssen wir hier noch einen Marktplatz hinbauen am besten. Hier sind zwei Arbeitsstätten. Da sind natürlich ja keine Arbeit. Steine. Und hier hinten noch nur Steine. Na Holz wird hier auch. Machen wir Stein und Holz. Ein Holzfäller. Aber drei Steinbrüche. Machen wir dreimal Stein. Hier auch jetzt auch keiner. Wir brauchen mehr Leute. Die Befriedenheit ist bei nur noch minus drei Prozent. Also die konnten wir schon steigern. Hier ist jetzt die Attraktivität höher. Das heißt die wohnen dann da auch freiwillig. Da könnten ja ruhig noch ein paar sehen. Das sieht ja sehr furchtbar aus. Und zwar da. Buchsbäume waren das. In den anderen Häusern geht das. Hier konnten wir nichts sehen. Dann machen wir das jetzt. Und auf einer Seite reicht ja. Auf der anderen müssen wir einfach mal sehen. Uh, das eine Haus. Ein bisschen weiter hinten. Naja. So, kommen hier ganz viele Buchsbäume hin. Schön, viele grüne Kreise. Noch ein, ein. Ah, direkt grün. So muss das. Oh, Beförderung verfügbar. Wir machen die nur zu Leibeigenen, weil diese Männer sonst noch irgendeiner Scheiß wollen. Da können wir gerade noch nicht machen. Militärmissionen. Dann keine Soldaten. Ein Mann dort ist frei. Und zwar, ah, wieder der falsche Berg. Da. Dann hat die hier noch Marmor gefunden. Ein Lager. Ein Zierkran. Da hin. Und bauen. Ah, hier ist noch nicht gebaut, deshalb ist es noch nicht rot. Wie sieht das bei unserer Kuhzucht aus? Die Brücke ist nicht fertig. Warum auch? Hier. Kommen keine Häuser hin, also ist das egal. Haben wir genug Brunnen? Da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Hier sind zwei. Und da will ich schon wieder gerne was von uns. Die letzte Aufgabe mit den Bären hat ja nicht funktioniert. Müssen wir mal schauen, was wir noch brauchen. Als erstes. Ah, grün nicht, aber das sind uns bürgerliche. Die befördern wir jetzt aber auch nicht. Zusätzliche Dorfkirchengebäude. So, niedrige Steinbrau, Kirche, Jagdhütte, Waffen. Dann nehmen wir doch mal. Ist egal. Von allem nur noch. Gemeiner. Ja, wir können die nicht mal. Ach, warte, Gemeiner war doch wieder bürgerlich, oder? Gottesdienst bei. Hier steht eine riesen... Eine Küche. Da. Bretter geht wieder nicht. Ah, in einer Lageeinrichtung. Wir haben noch immer Bretter zugewiesen. Bretter. Dann machen wir halt hier Bretter. Dann zählt das nicht, weil das kein richtiges Lager ist. Hier war doch auch ein Speicher. Weil keine Träger. Ah, ja, klar. Ja, klar. Jetzt ist es nur noch 28. Nee, Gottesdienstmangel. Jetzt geht es los. Oh, das Scheißding doch fertig, Alter. Das ist denn hier ist angeblich neu. Ah, das Burgen-Set. Ja, dafür fehlt uns aber irgendwie noch der Platz. Hier kommt eine Riesenkirche, dann, wen hatte ich gedacht. Und hier hinten vielleicht dann das Kloster, da müssen wir mal gucken. Wie war, wo war, wo war, wo war die Burg hinbauen? Weil Wald, aber auch nichts bergig. Man könnte ja hier vielleicht hinbauen. Bauen wir uns auch eine Riesenburg hin. Ja, die ja bauen, mehr oder weniger. Können wir das auch mal nebenbei machen. Oder deswegen ist es mal angucken. Der Burgeneingang ist eine Tür. Man kann auch so ein Tor benutzen. Dann haben wir ja Band, Turm, was sind Türme? Ah, klar. Schmale, breit. Also Frontmauer breit. Die Seitenmauern könnten wir schmal bauen. Jetzt stellt sich noch die Frage, welcher Turm? Weil der sieht ja arme aus. Ich mache das einen Durchgang. Der hier. Oben ohne alles. Der hat auch keine Tür. Müssen wir wohl so ein. Oder vielleicht so ein. Ja, wir haben auch kein hübsches Gebäude, was wir in die Burg sehen können. Ah, hier ist eine Wand. Okay. Oha. Ah, die Dorfbewohner gehen da hindurch. Was ist hier Element? Oha. Oha. So. Oha. 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 Okay. das kriegen wir nicht gleich groß hin abschüssiges gelände hier dahinter platzieren hier geht dafür das tor wenn es da ins fenster und zwei für die mauer die mauer ist falsch rum die ist richtig rum aber wie kommen die da hin und dann hier hinter oder davor so weit entfernt da bin ich nicht mal land laufen es ist nur türmer aber Ah ja, mehr oder weniger. So. Nicht wirklich gerade. Weil die sind alle unterschiedlich hoch. Naja. Müssten wir da... Irgendwie... Das ist ein Durchgangstorform. Ach, das ist ja für einen großen. Da müssen wir da eine Tür anbauen können. So haben wir die Türen. Fenster, Fenster. Fenster. Super. Tür. Okay, die rastet gar nicht ein. Boah. Boah. Ist die Tür da nicht dran? Hm. Wie geht das mit dem Turm nicht? Ein rotes Dach. Und keinen Ausguck, um zu schießen. Unterturm. Sollte jetzt da gehen, wenn da die Tür drangeht. Ah, da geht die Tür drangeht. Aha. So, dann machen wir das in die Richtung auch. Hier haben wir eine 1, 2, 3, 4. So. Jetzt auch. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 6. 6. 5. 5. 6. 6. Ah, genau. Okay. 6. 6. 12. 12. 12. 12. 12. außen das jetzt wenn wir den Turm nach unten setzen und jetzt dann irgendein Eckturm der hätte einen Durchgang das bringt ja gar nichts den, der schon wieder nicht will ok na, der will da könnte man ja einfach sagen, die müssen da lang können wir nämlich jetzt die Mauer weiterführen der Untergrund ist etwas schief ja, es muss auch noch was oh, wir könnten oh der Ton war das jetzt wieder der ist zu groß da noch eine ganz kleine Borgbaum so, dann kommt da jetzt wir hatten noch so ein Durchgangs-Turm so 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 boom ok boom 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 das dauert ja ganz schön müssen dann noch die höhe anpassen gleich aber die größe müsste ja auch reichen für eine burg außerhalb des territoriums und jetzt wieder anwand hoffen dass da jetzt ein turm hinpasst etwas angleichen so sehen ob wir dann innen vielleicht hohen bauen oder sowas neben hier ein sehr kleines bauprojekt es war am besten noch bauhütten bauen wo wir haben elf neue gewohner auf einmal wieder zufrieden warum auch immer hier geht es wieder bergab hier 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 aber das muss man gar nicht genau bestimmt dann noch fahren also was es geht auf das tor Das ist alles, weil das ein bisschen ohne Ebenen ist, ja. Hier könnten wir noch, ja, hier geht noch, dann hier nur noch ein, ja, da, ein, ist aber der Turm zu hoch, so, das wäre geschafft, müssen wir noch überlegen, das hier wirklich lassen. Für welches Fall geht der, dieses Tor ist? Ah, ich sag bloß, das Tor steht falsch rum, wohl, so ein Tor kann ja auch drin sein, ja. Das ist als Burggebäune zählt. Zu weit entfernt. Dann tricksen wir jetzt, stellen wir hier ein paar Wände hin. Vorhin schon ist es nicht mehr zu weit entfernt. Ja. 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 Ich ja. 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 Die passen gar nicht zu einer Burg. Dann lassen wir das erstmal leer und vielleicht machen wir was anderes rein. Ich meine, haben wir zwei Türme, um hochzukommen. Können wir hier hinten noch einstellen. Ich weiß nicht. Der hier. Jetzt gehen wir hinten noch. Und bauen da eine Tür an. Kann man immerhin sagen, die könnten auf die Mauer, wenn sie wollten. Hier kann man dann noch zu einem Hafen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, schick. Dann haben wir unsere Burg fertig. Oder Mauern für eine Burg. So, die Häuser sind auch fertig gebaut in der Zwischenzeit. Wir haben neue Bewohner. Können wir jetzt erstmal hier über... Da reicht einer. Nein. Oh. Fischer, Fischer. Egal. Nur einer. Reicht vollkommen. Zimmermann. Oh, da brauchen wir aber mehr. Ja, uns fehlt es an Arbeitern. Markthändler. Wir haben irgendwo einen Markt gebaut. Ah, es kann der hier. Ja, der ist es. So, dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Hübsche Häuschen hier. Hier haben wir nochmal für später irgendwann Bauern für Versehen. Auch Kleingehalten. So, als nächstes werden wir mal gucken, dass wir irgendwie Kirche freischalten. Müssen wir aber erstmal sehen, was wir dafür noch brauchen. Der Wehrturm haben wir schon wieder ganz vergessen. Der ist im Bau. Der wird dann auch nächste Folge fertig sein. So, ich bedanke mich dann erstmal vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf der Welt von Foundation. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss. 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 Tu check� denぉeren, sen finally Assistieren? Untertitelung des ZDF, 2020